Haben Sie einen kleinen Tüftler in Ihrer Familie? Dann schicken Sie Ihren Nachwuchs mit diesem Baukasten auf eine faszinierende Reise in die Welt der Elektronik. Die umfangreiche Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Über 50 Teile wie Lampen, Schalter und Kondensatoren gehören zum Paket. Besonders clever? Anhand der Nummerierung finden Sie im Nu genau das für den jeweiligen Versuch benötigte Bauteil. Ohne Löten, Schrauben oder Hämmern können Ihre Sprösslinge auf der Grundmontageplatte per Druckknopfverfahren verschiedene Anordnungen bauen. Besonders hilfreich ist die Anleitung mit 668 Beispielanordnungen, in der jeder Versuchsaufbau detailliert dargestellt und erklärt wird. Ob Classic Sound oder fliegende Untertasse, die Möglichkeiten sind nahezu unerschöpflich und dabei erstaunlich simpel aufzubauen. Pädagogisch besonders wertvoll und absolut gefahrlos. Da möchte man am liebsten noch mal Kind sein und gleich mitspielen. Schrauben Von www.mesonaan.com